Eben hatten wir hier das irische Nationalinstrument und jetzt gehen wir ein paar hundert Kilometer weiter Richtung Nordosten, würde ich mal sagen. Und dann kommen wir zum schottischen Nationalinstrument. Und das ist ja bekanntermaßen der Dudelsack. Und wir begrüßen jetzt hier aus den Highlands der Rhön die Burghauen Castle Pipes and Drums. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020